Das heißt, jetzt kannst du mich auch noch sehen, irgendwie auf meinem YouTube-Kanal. Da bin ich jetzt drauf. Jetzt muss ich den allerdings nach vorne holen, ne? Damit ich irgendwie auch sehe, wenn da irgendwelche Nachrichten kommen oder so, oder? Keine Ahnung, mein Kanal? Ich schalte das einfach mal an. So, jetzt live. Da steht er. Und mal sehen, ob es funktioniert. Ich schalte das einfach mal an. Jo, das funktioniert. So, und ich habe sozusagen meinen, äh, den Kanal irgendwie abgeschaltet. Der läuft, damit ich irgendwie kann, äh... So, jetzt muss ich erstmal hier irgendwie, jetzt muss ich erstmal rausgehen aus dem Ding, glaube ich, ne? Damit ich irgendwie, äh, damit ich steigern kann, meine ich, ne? Return to Hanger. Ja. Okay. Oh, das hat er schon ganz gut gezinkt. Von dem... Da... Aber ich habe kaum was... Okay, ausgeforscht, ausgeforscht. An dem Rot nicht ausgeforscht. Schade, okay. Aber der Gladiator ist erforscht. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt einen meiner Piloten, kann ich nehmen und kann ich in Gladiator setzen. Hm. So. Ich... Ich... Richte, ich rüste gerade mal meine, äh, Dings aus. Du kannst es übrigens, du kannst mich jetzt sehen, ne? Ja, bis jetzt, da ich jetzt live bin, kannst du irgendwie sehen, was ich jetzt hier gerade treibe. Ja, okay. Das ist auch gerade noch. Okay. Den muss ich noch machen. Okay. Okay. Jetzt haben wir erstmal Crew. Äh, kann ich nicht steigern. Mist. Okay, ich will jetzt aber die Gladiator haben. Das heißt, ich gehe jetzt irgendwie, ähm, wap, 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 wap. Wenn ich das jetzt, wenn ich da jetzt rausgehe, komme ich dann wieder rein. Der ist echt... Nee, es könnte sein, wenn ich rausgehe, komme ich nicht wieder rein, weil zwei... Ja, ich muss den Glück haben, ne? Weil momentan sind zwei, sind zwei mehr irgendwie Alliierte als, ähm, äh, als Deutsche. Aber die Deutschen, das sind alles, das sind alles keine, äh, NPCs mehr. Also das ist schon ganz cool. Aber der eine ist, äh, momentan gerade, äh, Start ist jetzt nicht drin. Der ist nicht im Flugzeug. Ja, ich, äh, ich, äh, wage das jetzt einfach mal. Ich gehe einmal raus und, äh, kaufe mir die Gladiator. So, und das ist gut. Die Gladiator ist total cool. Ja. Oh, da. Die 700 kann ich bezahlen, glaube ich, gerade eben. Ja, Schuss die Crew, die wollen wir. Ja, so. Und, alter, ich habe die, ich habe die Maschinen alle geflogen, ohne, äh... Ich habe die Maschinen alle geflogen, ohne die, äh... Oh, die Blenheim. Die Blenheim als nächstes, ne? Klingt gut. Ne, nun wie Hurricane. Äh, äh, ja, das ist egal. Okay. und die gladiator habe ich drin muss ich jetzt mal irgendwie auf gladiator expert das ist das natürlich grund warum ich irgendwie so mistig war mit dem ding ok ich habe die nicht gekauft die die qualifikation das bin ich drin modification und ich glaube den hier research ich hier modification der ist noch nicht so weit noch so da rein take part ok jetzt bin ich wieder drin diesmal mit der gladiator sehr schön so wie ihr sehen könnt ich bin einmal raus gegangen gehe wieder rein in das selbe spiel und das ist natürlich sehr schön 30 minuten das sieht gut aus dass ihr schadet jetzt gleich mal hoch auf 30 minuten und das auch sonst vergesse ich das nachher später 30 minuten ist irgendwie ganz sinnvoll ich gehe jetzt praktisch mit der gladiator rein die kostet mich ein bisschen geld ich habe die spawn point 200 und da unten ist jetzt gleich eine schlacht da fliege ich mal hin so moment ground targets und wenn da die und die werden dort auftauchen das sind irgendwie so viele deutsche die wissen alle was sie tun wie man eben gesehen haben haben sie mich knalllos abgeschossen so ach Gott ich habe sie nicht getrimmt dreck hat aber die die hat ein vernünftiges ziel ich sage ja das ist im prinzip die zirkowski für die von den briten und die ist sie sieht irgendwie ziemlich cool aus ehrlich gesagt und man braucht sie eigentlich nicht zu trimmen weil sie irgendwie ziemlich gut in der luft liegt kann man so sagen ich kann bloß meine ich kann gar nichts mehr sehen hier die ist perfekt getrimmt die ist perfekt getrimmt die startet und ist perfekt getrimmt von anfang an alter falter das nenne ich mal irgendwie service britische wertarbeit sag ich mal warum ist diese unvernünftige munition hat sie auch an bord und battle rating von 1.3 alter falter was ist das denn für ein monster hier ja low flying sagte e3 ja ich weiß nicht irgendwie ich kann momentan nicht sehen ob ich derzeit ein zuschauer das heißt bin ich ich also wie ihr seht bin ich immer schön am nachtrimmen wenn ich merke dass ich irgendwie gegen die maschine kämpfe das ist irgendwie unschön hier soll irgendwo ein ziel sein boah das ist schon ein richtiges flugzeug das ich hier fliege das kann man schon sagen allerdings ist ja noch nicht ausgebaut das ist noch stock das merkt man auch ja 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 also auch das ist noch ein franchiger Vielen Dank. Das Ding hat tatsächlich 4 MGs, also es ist irgendwie schon ziemlich brutal, aber es ist irgendwie wirklich ein bisschen schwerfälliger in der Luft als die anderen Maschinen, das merkt man auch deutlich. Das ist schon ein richtiges Flugzeug, was die Briten zusammengebaut haben. Ziemlich brutal. Gladiator. Sollte. 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 So, ich sorge bevor ich irgendwie ins Kampffengebiet komme dafür, dass mein Motor sich ein bisschen abkühlen kann. Ich hoffe, dass die einigermaßen, dass es sich einigermaßen abkühlt. Aber ich weiß nicht, ob die Gladiator mit einer U fertig wird, das werden wir sehen, aber immerhin 4 MGs, da müssen wir mal gucken. Unsere Leute, dass nicht von AAA irgendwie niedermetze? Der ist wahrscheinlich in den Flugplatz reingeflogen, nehme ich an. Ne, keine Ahnung, wo das passiert ist. Mein Motor ist tierisch überhitzt. Und das schon bei 90 geht und auf 80? Was ist das denn für ein Mist? Ja, stop für dich, so. Ja. 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 Und das war's, oder? Da ist irgendwo eine A, nee, triple A, nee, das ist ein, das wird sich schon immer beschaffen, das ist klar. Oh, BF-109E, wir haben hier schon einen 109er mit drin im Spiel. Wenn der BF-109 bis hier ist, ist er schon ziemlich akkönig, würde ich sagen. Aber die E ist auch nicht so richtig bewaffnet. Was ist das denn? Mein Motor ist rot? Nee, nicht wirklich. Wieso das denn? Overheated? Das ist mal der nicht ernst, oder? Ich bin gerade im Zielgebiet angekommen und mein Motor ist überhitzt. Also ich kann gleich wieder nach Hause fliegen. Was ist das denn für ein Dreck? Ist das Absicht? Ich hab diese Maschine kaputten Motor, von Stock. Okay. Ist das nicht wahr, oder? Es ist britisch. Es ist britische Wertarbeit, würde ich sagen. Äh, ich fliege jetzt zurück. Das kennst du ja nicht. Ich kann mich ja kaum in der Luft halten. Ich hab keine Munition mehr, um total brennendes Flugzeug abzuknallen. Das ist echt sehr frustrierend. Der ist schon so kaputt. Kann sich hingehen und ihm ein bisschen mit der Flügelspitze rammen oder sowas? Du kannst dich schaden ab, aber eher nicht? Ne. Also ich schleiche gerade zurück. Ich schleiche gerade zurück zur Base. Also siehst du, das sind so diese Kleinigkeiten, die im Sim-Spiel passieren, aber irgendwie die siehst du im Realismus-Battle definitiv nicht. So von wegen Stock-Motor von der Gladiator mag keine 99% und mag noch nicht mal 90%. Die muss man also schon bei 60% fliegen, offensichtlich, damit man irgendwie eher im Zielgebiet ankommt. Und die kühlt sich ab, so ein Grad pro halbe Stunde oder was? Jetzt ist er schon gelb. Ob ich das schaffe? Alter Falter, was ist das denn für ein Bruch? Ich könnte natürlich versuchen, einfach zu landen und abzuwarten, bis meine Maschine irgendwie abgekühlt ist und wieder starten. Aber er sagt dann, glaube ich, von wegen, nee, ist nicht, weil du bist gecrasht land oder sowas, ne? Das kann man nicht, oder? Nicht, kann nicht. Aber ich habe gar keine Wahl, Mann. Ich komme nie und immer zurück. Ich versuche jetzt einfach mal zu landen. Und das so ab. Das klingt jetzt irgendwie nach einer blöden Idee, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich gucke jetzt mal, was passiert. Nein. Nein. Dreck. Ja. Ähm. Denkmal, Fliegerdenkmal habe ich gemacht Aber das Ding war sowieso Es war schwarz, also es wäre nicht reparierbar gewesen Ich wäre nie wieder hochgekommen Alter Falter, was für ein Kack Das war jetzt nicht so das Beste Das war nicht so das Beste, sag ich mal Da gibt es irgendwie Ja Okay, sitze ich erstmal wieder in der Fury MK2 Ich muss vier Minuten warten In vier Minuten bin ich irgendwie Tun und wieder tot Ich muss vier Minuten warten Okay, das lehrt mich. Das erste, was ich neu brauche, ist ein Kühler. Okay, aber ich glaube, ich forsche das Falsche. Ich forsche die Gannen. Das war nicht so schlau von mir. Aber das konnte ich doch nicht wissen, dass das Ding so scheiße ist. Das ist mir noch nie passiert mit irgendeiner Maschine. Also, dass ich irgendwie einfach nur geflogen bin und plötzlich verbrennt mir der Motor. Das gibt es doch gar nicht. Ja, aber das Ding ist von den Werten her ist total die überlegene Maschine. Und du hast mir das Ding ja auch empfohlen, ne? Das Ding ist auch gut. Aber ich würde eh nicht doppeldecker fliegen. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ich hätte ja gehofft, sie ist mit der Gladiator ja ab... Und keine Zeit weiter. Nein, ja, ja. Ich habe ja vorhin meinen Aerial Sieg habe ich ja irgendwie mit Energy Fighting gekriegt. Mit dem Doppeldecker. Das geht. Ja, das geht. Energy Fighting ist eine Frage der Relation von Flugzeug zu Flugzeug und nicht eine Sache, die irgendwie zu einem Flugzeug gehört oder nicht. Das ist immer eine Relation. – Petraatik Ja, dass das Herz wichtig ist. Man muss ein bisschen mehr Er ist maintenant rất eh. was ist nicht so gran, es könnte sein, wenn jemand comes zu einem Ich gucke gerade mal, ob irgendwas auf meinem Kanal, auf meinem Live-Kanal los ist, an YouTube. Keine Ahnung, ob mich irgendjemand hören kann oder sehen. Ist ein bisschen ruckelig. Ist ruckelig, wenn ich das mache, also bei mir. Ich mache das mal aus. Ach, jetzt ist die, das Battlefield weg, na super. Ja, es könnte sein, dass natürlich gleich die Bomber ankommen und unsere Base bombardieren, dann kann ich immer auf Bomber warten. Aber das ist sowieso, um die Bomber, das ist garantiert eine Ju, die da ankommt. Aber ich bin bei 1000 Meter. Das ist eigentlich schon ein ganz netter Höhenvorteil für einen Doppeldecker. Das Problem ist, dass ich jetzt aus dieser Höhe die ganzen anderen Leute nicht mehr sehe. Boah, ich muss mich eher dran gewöhnen, das ist jetzt ein richtig schlechter. Ja. Achtung auf die Mappe! So, was ich vorhabe, ist, ich fliege jetzt zu unserer Base, und dann fliege ich von der Base Richtung deren Flugplätze. Und wenn dann eine Hue oder sowas ankommt, dann kommt die mir sicher entgegen. Und die Bf 109 räumt hier so richtig ab. Ja, knallt ihn ab. Ja, wenn ich wüsste, wo die ist. Du meinst doch nicht, dass ich von der Bf 109 in meinem Doppeldecker, in meinem überlegenen britischen Kampfdoppeldecker irgendwie Angst habe. Das sowieso schon mal britische Technik, frag Squire. Squire wird sicherlich sagen, dass das überhaupt keine Frage ist, aber irgendwo habe ich... Irgendwo habe ich eine Maschine hier, ich weiß bloß nicht wo. Fliegt die auf dem Rücken, die britische Maschine? Ja, das kann sie gut sich auf dem Rücken legen. Okay. Und die, äh, der Deutsche hat sich ungebracht. Ja, das geht gar nicht, dass du irgendwie eine deutsche Maschine fliegst, die erfolgreich ist. Das musst du dann gleich zum Selbstmord begehen. Das machen die Deutschen gern. Jemand soll mich endlich töten. Ich will in den Gladiator rein. Die Bf 109 hat sich schon wieder gekillt. Ja, gar nicht so einfach so ein Ding zu starten, ne? Ja, Flugschule für Bruchpiloten. Da haben wir gelernt, wie zu starten, ohne unsere Maschine zu krepieren zu lassen. Woopetall sind wir jetzt gleich. Und wie der Flak nervt schon wieder. Schon wieder hat sich ein Deutscher umgebracht. Dann schießt sie doch nicht mehr ab. Ja, ich, äh, ich würde ja gern, aber die sind nicht da, wo ich bin. Und ich such sie ja gerade. Keine Ahnung, wo die sind. Kommen auch keine Meldungen von Leuten, von wegen ich habe sowieso gesehen oder so. Da, jetzt bin ich von der Flak getroffen worden. Und ich bin totgelb. Ja, okay. Und zurück. Ich, 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 ich. Ja. Das hatten wir doch eben schon. Alles ist rot. Irgendwie alles liegt. Ich gehe jetzt mal runter auf, 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 auf Baumwürfel. Das geht gar nicht. Hier kann man nur auf Baumwürfelhöhe fliegen. Das geht irgendwie. Wenn du hier hoch gehst, dann bist du tot. Okay. So viel dazu. Das habe ich gelernt jetzt. Mit etwas Glück komme ich sogar zurück zum, zum Flugplatz, ohne das Ding zu schrauben. Ja, wer immer zuguckt, wer auch immer zuguckt, der weiß jetzt, äh, schon wieder hat sich ein Deutscher umgebracht. Do 17. Und da hinten kommt etwas angeflogen. Alter Falter. Der sieht mich natürlich, weil ich jetzt rauche. Ja, super. So, ich will sterben, aber dann sterbe ich kämpfend. Was ist denn das für eine Maschine? Ich sehe sie natürlich nicht, weil ich irgendwie völlig kaputt bin. Ich kann nirgendwo sehen, das gibt es doch gar nicht. Gibt es nicht irgendeinen Blick, den ich irgendwie werfen kann? Nee, den krieg ich niemals. Der sieht mich nicht und ich sehe ihn nicht. Und ich fliege jetzt lieber zurück zum, ich versuche die Maschine zu retten. Ich habe kein Wasser mehr. Fucking Flack. Fuck. Wassergekühlter britischer Dreck. Das ist ein Scheiß, ey. Was schlägst du auf zum blöden Doppeldeckerkist? Nein, die, 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 die Sokowski ist total geil. Ich sag's dir. Das ist die absolut, das ist eine Maschine, die, die macht richtig Spaß. Die ist so richtig cool. Oh, guck mal, ich bin direkt vor mir, ist ein Battlefield aufgetaucht. Ja, ich glaube, ich fliege nicht zurück, sondern ich knall jetzt irgendwie ein paar Bodentagesarten und ist gut. Ja, genau. Leck mich doch am Arsch. Dann gehe ich eben drauf. Mein Gott, nochmal, das ist die, das ist die, doch, das ist eine Dings-Maschine. Das ist eine, äh, ich habe keine Punkte gemacht, die ich verlieren könnte. Andererseits. Ja. Okay, ich versuche zurückzukommen. Die Landung gibt mehr Punkte, als ich wahrscheinlich in diesem Zustand irgendwie durch Abschuss von Bodentages kriegen kann. So, und dafür ist eine gute Trimmung gut. Ich leh mich jetzt zurück, gucke dem Ding beim Fliegen zu. Na, vielleicht ein bisschen. Kann er? Ah, kein Aileron Trim. Okay, super. Oh, das hört sich nach sterbendem Schwan an, ehrlich gesagt. Das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals zurück. Aber ich könnte eine Notlandung hinlegen. Noch kann ich das irgendwie schaffen, irgendwo. Ja. Ich mache mal irgendwie eine Notlandung. Und zwar so, dass ich irgendwie, äh, nicht total tot bin. Also von wegen, um wie die, die Deutschen begehen alle Selbstmord. Ne, ich fliege aber erstmal über die, ich fliege über die, äh, Grenze rüber. Ich mache das erst auf unserer Seite. Das meine ich hier, die Notlandung. Also von wegen, ich habe eben ja rumge, rumgeung, dass die Deutschen sich ständig umbringen. Das sieht jetzt gleich ähnlich aus. Das heißt, gleich kommt auch eine Meldung von einer Löscher, die sich irgendwie umgebracht hat. Äh, aber genau genommen habe ich mich nicht umgebracht, sondern mein Flugzeug hat mich umgebracht. Und das ist verzeihlich, weil das Flugzeug britisch ist. Britische Flugzeuge wollen einen umbringen. Das stellen wir erstmal fest. Ganz trocken. Ich glaube, die Deutschen bringen sich um. Ne, das sind die Flugzeuge, die einen umbringen, ja. Oh. Gunker, 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 Gunker. Gunker, Gunker, Gunker. Das hört sich nicht gesund an, ehrlich gesagt. Gunker, Gunker, Gunker. Ne, ich muss da runter. Das schaffe ich ansonsten nicht mehr. Versuchen wir mal, dass wir auch wieder landen können. Quacks, der Bruchpilot. Äh, also, an der Stelle die Bruchpilotin. Also, mehr. Wollen wir mal schauen. Crash Landing. Ja, das war aber eine elegante, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Aber sauber gelandet. So. Da schäme ich mich auch nicht für. Das war völlig in Ordnung. Habe ich für die Landung vielleicht irgendwie, wenn wir noch einmal hier rausgehen. Wo geht denn das? Warten wir doch eben. Lief. Lief. Ich hatte Hunger. Na, Quatsch. Wir machen weiter. Gladiator. Er fehlt. Das kann nicht angehen, dass ich irgendwie hier keine Abschüsse kriege. Überlegene britische Kriegsmaschinerie. Oh, der hat sogar Flaps. What the fuck. Also, die ist in der Gladiator. Die hat sogar Flaps. Unglaublich. Wir haben keine Kosten, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, die Gladiator ist ja auch eine ganz coole Maschine, aber man hat nicht ja eine gehassten Hat die denn auch ein Fahrwerk? Ne, Fahrwerk hat die nicht. So, aber die hat auf jeden Fall einen Motor, auf den ich auf den ich mich verlassen kann, dass er kaputt geht. Ich kann die Spieler ja drauf packen. Ja. So. Und ich tucke jetzt erstmal mit ich schalte das Ding mal auf 80 runter. Und dann trecke ich mal rüber zum Battlefield. Das ist ja echt so ein Luftverteidigungstrecker da, die Gladiator, ne? Kann man nicht anders sagen. Und ich gehe diesmal aber irgendwie definitiv runter, weil... Guck mal, wieder haben sich zwei Deutsche umgebracht. Das ist deutlich häufiger als ich. Die sterben andauernd. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die versuchen diese Ground Targets kaputt zu machen und packen das nicht. Das müssen wir nochmal üben, glaube ich, bei einer Flugschule. Obwohl man das ja eigentlich ganz gut sehen kann, wenn ich das mal mache, wie das läuft. Aber ich sollte vielleicht dazu einfach ein bisschen mehr reden. Wo ist meine Streaming-Software da? Aber ich glaube, ich hoffe, dass die Aufzeichnung irgendwie auf Platte läuft und dass nicht alles versaut ist nachher. Muss ich mir nachher mal angucken. Das sieht nämlich irgendwie im Stream, wenn ich das runterlade aus dem Internet, ziemlich ruckelig aus. Muss ich jetzt nachher mal fragen. Oder kannst du da reingucken? Ne, kannst nicht. Du bist spontan selbst im Spielen. Engine 192. Ich werde heißer. Ich werde heißer mit 80%. 60%. Ich gehe jetzt mal auf 60 runter. 94%. Was ist das für ein britischer Dreck, den ich hier gerade fliege? Ja, warum fliegt sie keine Hurricane zu den Spitfires, wo der Lackt-Files ist? Ja, weil wie soll ich denn hier eine Hurricane des Spitfires? Das ist meine... Das ist meine erste britische Maschine, die ich überhaupt habe. 200? Ich bin bei 65%. Ich gehe immer rauf mit der Temperatur. Mein Alter! Das Telefon, ich gehe immer mal an den Tracker aus. Wie haben wir uns? Ist ruckelig, ne? Soll ich wieder abschalten? Was? Okay. Okay, alles klar. Ja, wir sind auf TeamSpeak. Ja. Okay, tschüss. Ja, aber Jens. Er meint, das ist tatsächlich ruckelig auf YouTube. Und ich habe hier vorne irgendwo ein Target. Wir müssen mehr Druck auf den Krieg bringen. Sie sind gewinnen. Da ist er. Das sieht aus wie ein deutsches... Ne, das ist ein Gladiator. Ja. Nein, Alter, nicht schießen. Achso, nee, da ist noch ein anderes Flugzeug hinter gewesen. Das gibt es doch gar nicht. Wo ist er denn? Achso, mein Tracker ist aus Dreck. Ja. Wo ist denn der Kerl? Ah, der kommt von oben runter. Energievorteil. Das ist irgendein Monoplane, glaube ich. Ich habe es nicht genau gesehen. Ich sehe ihn momentan auch nicht. Ich gehe mal tiefer runter. So, und dann versuche ich das nochmal. Mit dem Motor stürzen. Wenn du wüsstest, mit was ich zu kämpfen habe hier, verdammter Deutscher. Wenn wir nicht etwas schnell machen, wird das Gegenteil gewinnen. Ich sehe nichts. Was definitiv ein Energyfighter. Das war sowas von... Untot. Ja. 109. Immer aus der Sonne gekommen. Sauber angegriffen. Konnte ich nicht viel machen. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Also mit diesen Einzelpiloten ist das irgendwie wirklich hart. Und wie kaum ist der irgendwie 300 Meter weg, siehst du ihn nicht mehr. Also fliegt sie doch nicht. Ja, dann kann ich die Briten nie fliegen. Also irgendwie muss ich da ja irgendwie mal durch. Also das ist nochmal ein Schmerz. Immerhin spiele ich hier nicht Kindermodus. Ja, so. Das musst du irgendwie auch mal respektieren. Dass ich irgendwie das... Was das denn hier ist so. Wo kann man eigentlich diese... Man hat doch irgendwie hier so ein Dings... Wie heißt das? Man hat doch irgendwo eine Möglichkeit, einen Booster oder sowas einzuschalten. Wo geht das denn? Weißt du das? Meine Gegenstände. Ja, aber wenn ich mitten im Wellen bin, kann ich das nicht machen? Oder kann ich das machen? Nee. Aber du kannst doch normalerweise mitten im Kampf kannst du sowas wie, äh, ähm, Dings machen. Wie heißt das? Wie? Ähm. Wetten. Die haben so viel Unterstützung. Wetten. Die haben so viel Unterstützung. Wir müssen... Also. Ich fliege nochmal. To battle. Mit der Fury. Hier. Ja. 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 We need to put more pressure on the enemy. They're winning. We need to put more pressure on the enemy. They're winning. Ich habe hier irgendwie lag, entweder ist das Server lag oder das ist mein System, weiß ich nicht. Mein System ist, oh ha, unter ziemlicher Last. Ich glaube, das ist das Streaming. Hast du die Hurrikan schon freigespielt? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe aber überhaupt nichts geschafft, ich bin ja nur draufgegangen in letzter Zeit. Wir haben hier über U87, BF 109, die Dornier 17, wir haben jede Menge richtig gute Maschinen auf der Gegenseite. Und wir fliegen hier irgendwie Furies und, ne, wie heißen die Dinger, ja, Furies und Gladiators und sowas bei den Briten. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, ich muss mal kurz gucken, das ist irgendwie nicht so ganz ausgeglichen. Ähm, Nimrods, Swordfish, Swordfish, Furies, Furies, eine P26, die irgendwie ständig ist, ist irgendwie so ein kleiner Bomber, glaube ich. Kann ich nicht, kann ich nicht, Swordfish, Swordfish, Blenheim, zwei Blenheims, eine F3, F2, keine Ahnung, ist auch ein Bomber, ne? Ähm, weiß ich gar nicht, was du suchst. Ne F530, glaube ich, doch, das ist ne Hellcat. Das ist ne Hellcat? Ne Wildcat. So ein Ami-Flinger. Aber ich sag dir das, äh... So ein Buffalo oder so, ein Tsunami. Ja, ja. Ich hab das Gefühl, dass die, dass die, äh, die, äh... Die 109 war einfach zu gut. Die war, ich glaub das war kein Spieler. Das war einfach ein NPC, oder? Ne, das war ein Spieler. Ich würde gern einfach irgendwas abschießen hier, aber... Das war vielleicht fies von der, äh, von der, äh, 109 abgeknallt, wenn da kriegt man richtig Respekt vor. Mhm. Aber ich kann, ich konnte dort auch nicht hochgehen, weil irgendwie die blöde, bescheuerte, äh, Dings da ist. Wie heißt das? Die Flak. Nur die Flak, sobald du irgendwie 300 Meter überschreitest, äh, nimmt dich die Flak auseinander hier. Auf der Karte. Als Brite. Und wahrscheinlich auf der Gegenseite auch, weil ständig sterben Leute an der Flak. Das ist irgendwie schon ein bisschen komisch auf dieser Karte. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ah, ich mach mal was, ein bisschen was zur Unterhaltung. Fliegen durch ein paar Brücken durch und flieg dabei irgendwie... Ich muss hier momentan warten. Ich muss momentan warten, bis irgendwie wieder sich ein Battlefield irgendwo aufmacht oder sowas. So, und wenn die Leute das jetzt sehen, was ich mache, irgendwie da sage ich einfach mal, irgendwie ja, das ist ein getrimmtes Flugzeug. Ein gut getrimmtes Flugzeug. Ah, da ist er. Das ist wieder die 109, ne? Klingt ja nach... Oh, danke. Ich fliege natürlich irgendwie so ein paar hundert, 200 Kilometer schneller als ich. Sieht aus wie eine 109. Oder ist das ein Bomber? Oh man, die sind immer zu zweit, zu dritt und einer gibt dem anderen irgendwie so gut. Ich krieg hier echt nichts abgeschossen, das ist echt nervig. Auch mein Flügelmann hier. Ich kriege die ganzen KIND. Ich schließe mit dem KIND. Ich schließe mit dem KIND. Ich schließe mit dem KIND. Und ich mache die ganze Zeit auf. Ich schließe mit dem KIND. Ich schließe mit dem KIND. Ich schließe mit dem KIND. Ja. Hm? Das sieht aus wie ein deutscher Bongo. Der ist aber folgt. Warte mal, warte mal, habe ich die Jungs jetzt verloren? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, 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 warte mal. Warte mal, 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 warte mal. Vielen Dank. 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 So, aber da ist noch eine Heinkel 51, die hole ich mir jetzt. Wenn die nicht irgendwie gleich wieder um die Selbstmord begeht, das wäre jetzt sehr, sehr... Oh, ich habe endlich mal ein 1 gegen 1 gegen 1 gegen jemanden gehabt, ohne dass mich sein Kollege aus der Luft gepflückt hat. Wo ist jetzt dieses blöde... Das ist die blöde... Okay, da ist die... Okay, nehme ich die... Ah, nein... Ah, nein... Ah, nein... Oh, ja, ja... We need to put more pressure on the enemy... We need to put more pressure on the enemy, they're winning. Oh, ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Oh, ja, 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 ja... Das erste, was ich mache, wenn ich mit diesem Ding hier aus der Schlacht rauskomme... Sobald ich irgendwas geschafft habe, irgendwas angerichtet habe mit der Gladiator... Ist, äh, den... Den Kühler einbauen... Na, wir können sie kaufen. Äh... Ja, das ist das nächste Flugzeug, das ich danach erforsche. Also erstmal habe ich ja die Blenheim drauf, aber irgendwie, so wie das momentan aussieht, kriege ich die wohl kaum voll. Aber die Frage lautet, wieso sind die irgendwie dermaßen überlegen, die Deutschen? Ich gucke auch mal, wie die Verteilung ist... Ne, wir sind eigentlich zwei ziemlich volle Mannschaften. So alle ziemlich aktiv. The enemy is winning. We've got the counterattack. Also das Spiel hat echt gut angefangen und... äh, momentan ist das so ein bisschen... Siege geworden, sag ich mal. Siege geworden, sag ich mal. Teilweise FLAC, teilweise kämpfe ich gegen das Material. Leute bringen sich um. Massenmorde... Massen-Selbstmorde, meine ich. Massenmorde... Aber mit dieser Stockmaschine ist das schon wirklich... nicht einfach... nicht einfach... If we don't do something fast, the enemy will win. Und klugscheißerige Sprüche von... einer Maschine, die nicht weiß, dass ich irgendwie alles tue, um... etwas zu tun. Aber nicht schnell, bitte. Sondern überlegt. Da war ich verkocht, wie mein Motor. So, das... So, jetzt wollen wir mal sehen. Ob diese Gladiator irgendwas bringt. Alles gegen die Sonne, na toll. Ich versuche das immer zu schaffen, dass ich irgendwie gegen die Sonne irgendwas mache. Aber... Da ist ein wunderschöner Furball mit irgendwie ein, zwei, drei, vier Flugzeugen. Den ich jetzt mitten rein halte. Und ich habe keine Ahnung, wer dabei ist. Ich nehme mal den mit am wenigsten Energie. Das ist natürlich der Friendly. Da ist der Enemy. Also die kleine Hurrikan kostet ausgebaut. Ähm... 11 Monate. Ähm... Um Monate, was wir nicht tun. So. Wir haben etwas sehr schönes. Wir haben eine Messerschmitt 109, die in den Turnfile mit einer Gladiator geht. Und die ich natürlich erst mal verloren habe. Und die ich natürlich erst mal verloren habe. Was, ich bin der Amirl's. Ich bin der Amirl's. Ich bin der Amirl's. Da ist einmal sehr schönes. Ich bin der Amirl's. Ah, sowas wie, die Gladiator ist echt schwer. Fuck. Der forschte Hurrikan fliegt die Hurrikan. Hurrikan ist wirklich eine dankbare Maschine. Ah, so, ich gehe jetzt einmal raus aus dem Spiel hier und sehe mal zu, ob ich vielleicht jetzt die genaue, die genug Punkte habe, um den auszubauen. Das war nicht so gut. Also ich habe versucht, um wie ein, äh, äh, wie heißt das, ein High Jojo zu fliegen und das ist mir glatt abgestürzt, die Gladiator. Aber chancenlos. Hier ist das, was die Hurrikan fliegt die Hurrikan. Flippt die Hurrikan. Okay. 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 Ja, hast ja recht. Ah, das war jetzt schon mal ganz gut. Oh, wenn ich das jetzt rausgehe, dann komme ich aber nicht mehr rein. Jetzt muss ich, äh, hier drin bleiben. Hilft nichts. So. Okay. Jetzt. So, jetzt habe ich zumindest mal Die Gladiator ist jetzt zumindest ein bisschen besser Und wird wahrscheinlich nicht irgendwie die ganze Zeit auseinanderfallen Das ist nämlich wirklich hart Das ist hart zu ertragen Ja, ich komme momentan nicht raus Ich kann das Spiel nicht verlassen, um eine andere einzustellen Aber wenn ich jetzt einfach weiterfliege, dann habe ich von daher einfach erforschen Also es ist gut So, machen wir nochmal Resetten Also die Gladiator werde ich nochmal im Testflight fliegen bis zum Verrecken Was kann ich dir sagen Das mache ich normalerweise auch nicht Dass ich irgendwie eine Maschine ohne sie jemals geflogen zu haben Gleich in Battle gehe oder so Da werde ich irgendwie momentan für bestraft Für diesen Fehler Was kann ich dir sagen Für diese Ja, was heißt für diesen Fehler also Na ja, die sind auch gut am Verlieren Guck mal hier Die killen Wie die großen killen sie die Bodentargets, die Deutschen Und wir kommen da nicht hin Weil wir irgendwie abgefangen und abgeschickt und knallt werden Viel bessere Maschinen Das sieht aus wie eine Stücke da vorne Und wir kommen da Ja, kommt hier 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 Ja, das ist dann von unserem Bomben Ne, der fliegt weg. Der kommt von unserer Base. Das ist ein feindlicher Bomber. Nee, freundlich. Dreck. 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 Und hier ist die Sauerk nights. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also mit meiner Gladiator hänge ich irgendwie an so einer Flügelspitze. Naja, was heißt hänge ich? Ich bin ja noch irgendwie 200 Meter entfernt. Aber eben habe ich eben Kaugummi auf sein Dach geklebt. Insofern war ich ziemlich dicht. 90. 70, 60... Fucken flack. Naja, das lassen wir doch mal lieber. Ich glaube das kann ich nicht ab hier. Ich geh mal runter. Wenn wir nicht so schnell machen, die enemy wird gewinnen. Okay. 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 Ah, da haben wir was. Feins. Können schlecht gucken mit den Dingern. Das sieht mir immer wie eine Stuka aus, die ich gerade überfolge. Ich küsst die Baumwüpfel. Wieso komme ich da nicht hinterher? 300 fliege ich. Habe ich irgendwelche... Flaps draußen oder was? Ich habe sie verloren. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. F***ing Landebahn. F***ing Landebahn. F***ing Landebahn. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht die abzufangen. Bevor sie landet. Bevor sie landet. Oder nehme ich sie einfach mit, wenn sie irgendwie am Boden ist. Oh, ich mach das jetzt einfach. Scheiß drauf. Okay. Ja, ja. Dann gibt es gleich Flak. Ich hole mal ab. Oder sind die Flugplätze hier nicht so gut bewacht, dass man sie angreifen kann? Keine Ahnung. Weil irgendwie, ich bin da irgendwie relativ tief reingegangen und die Hand nicht angefangen zu schießen. Vielleicht sind die Flaks kaputt. Ah, ja. Okay. Okay. Du meinst, ich soll es einfach versuchen, die anzugreifen? Woran sitzt du? An der Gladiator. 300 Krets oder so. Was soll's. Da ist ja irgendwie eine Stuka auf der Landebahn jetzt. Und die könnte ich irgendwie wegputzen. Ja, wenn ich kann. Ja, mach doch mal. Ich geh mal ganz tief rein. Schauen wir doch mal. Ja, da geht's. Jetzt hat die Flak. Also der einzige Nachteil von der Hurrikan ist, dass sie echt mega langsam ist. Die sind pieksig, das sag ich dir. Ne, das kann man vergessen. Jo. Jetzt öffnet sich das Battlefield, das ich haben wollte. Jetzt. Scheiße. quelche. Dreck! Ja, es gab nichts zu tun. Was soll man denn machen? Da muss man dann irgendwie das feindliche Airfeed angreifen, zumindest versuchen. Hat dein Sohn immer eine Erkältung? Hm, schon. Oh, geil. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich habe nicht mal einen Schuss abgegeben. Doch schon, aber... Wir müssen counterattacken. Ja. The enemy is attacking our base. We must reinforce this consensus. The enemy is attacking us. The enemy is attacking us. Vielen Dank. 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 Ich glaube, das hintere ist ein Deutscher. Nein, leck. Ich hasse das. Den habe ich aber voll einfach passt, glaube ich. Wo ist der Deutsche? Oh, ich habe hier einen massiven Leck. Der ist auch tot, ne? Ich glaube, ich habe ihn abgeschossen, oder? Oder hat er es wieder auf sich umgebracht? Und? Und? Das ist ja nicht mehr als üblich, ja. Das kann nicht sein, oder? Ich muss mal kurz reingucken in meine... Okay. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Dreck. Okay. Okay. Kann man jetzt machen, dann mache ich jetzt ein paar Ground-Targets. Oh, ich habe hier jetzt... Oh, ich habe hier momentan ein Leck, das kann nicht wahr sein. Ich schalte, glaube ich, gleich den Stream von YouTube aus. Das gibt gar nicht. Ja, ich schalte die mal aus.